Ein bisschen sieht das aus wie eingeschlafene Füße oder zumindest mal eingeschlafene Bullenbeine. So kann man das vielleicht zusammenfassen. In den letzten vielen Stunden ist der Markt nicht mehr wirklich vortrieblich unterwegs gewesen. Gucken wir uns uns Dow Jones im 4-Stunden-Chart an. Dann sehen wir also seit dem 20. Juli 16 Uhr, also seit gestern 16 Uhr, ist eigentlich nicht mehr so arg viel passiert. Eiern wir mehrheitlich auf der Stelle rum, hin und her. Ja, das ist für das übergeordnete Bild natürlich überhaupt kein Problem, kein Unterschied. Wir haben es hinreichend häufig erklärt, alles im übergeordneten Sinn ist noch auf der bullischen Seite. Und ich hatte mal die 33.050 bzw. 100 als eine Marke genannt, als eine Indikation, dass es doch noch mal tiefer geht. Vorläufig würde ich mal als eine interessante Marke nehmen, das letzte tiefgemessen vom 10. Juli auf das aktuelle jüngste hoch. Und sagen, solange wir oberhalb der 78.6er Fibonacci Marke sind, die liegt ungefähr bei 34.200, ist erstmal alles okay. Warum das Ganze? Naja, jetzt machen wir die Linien nochmal kurz wieder rein. Ihr wisst, ein Rücksetzer, wenn ein Rücksetzer passiert, der ist gerne in ungefähr diese Ecke, also so ungefähr in die blaue Box rein. 61.850, 61.8. Das ist nicht Pflicht. Das ist nicht immer so. Aber wenn es das ist, wenn es nicht zu tief ist, nicht zu hoch ist, also zu wenig, dann können wir davon ausgehen, das ist ein ordentlicher Rücksetzer auf diese Aufwärtsbewegung, diese letzte. Und wer jetzt zu Recht sich die Frage stellt, ja, aber Rüdiger, mal im Ernst gesprochen, dann ist doch dieses Tief niedriger als die Hochs. Das heißt, wir sind hier überschneidend unterwegs, sehr gut bemerkt. Allerdings ist diese Korrektur deutlich kleiner, wenn ich das mal hier direkt vergleiche, also ihr seht, das hat nicht den gleichen Stellenwert von der Größe und dementsprechend ist das wohl eine untergeordnete und die darf korrigieren. Und wenn ihr sagt, okay, haben wir da vorher schon mal was gesehen, diese Korrektur überschneidet sich mit dieser Korrektur, also mit dieser hier namentlich und dann seht ihr, naja, wenn wir ehrlich sind, ist diese natürlich viel kleiner als diese. Also Überschneidungen sind durchaus möglich, wenn die vorangegangenen Korrekturen einfach eine Nummer größer sind. Also ihr seht, die sind alle immer kleiner werdend, also umgekehrt kann man sagen, seit dem Hochpunkt hier im Dezember letzten Jahres große Korrektur, dann eine mittlere Korrektur, eine kleine Korrektur und eventuell jetzt die nächste noch kleinere Korrektur. Das wäre eben in den Bereich ungefähr bei, sagen wir mal, 34.950 in etwa, also ganz grob bis 34.400, aber eben nicht mehr unter 34.200. Soll heißen, wenn der Markt jetzt zu stark runter geht, ich habe es eben angedeutet, die 78er Marke, ein weiteres Indiz ist für einen zu starken Rücksetzer. Aber wir wollen ja, dass diese Korrektur entweder nicht überschneidet, dann müsste sie da nicht eintauchen, oder aber wenn sie schon überschneidet, kleiner ist als diese. Dann messen wir doch mal, wie groß war die denn hier, dann haben wir doch einen Vergleich, messen wir doch mal von dort bis dort, einfach, dass wir so einen Größenvergleich haben. Und dann sehen wir die grüne Marke. Wir brauchen also nicht diese hier, sondern die 100% Marke symbolisiert gleiche Größe. Also diese Strecke und diese, also diese Höhe, diese Fallhöhe, wäre die gleiche in Punkten jetzt gemessen. Es ist nicht jetzt logarithmisch. Wir halten es uns jetzt einfach. Das können wir uns durchaus bei diesem Punktestand so erlauben. Das heißt, solange der Kurs oberhalb bleibt, ist aus meiner Sicht die Welt in Ordnung. Also sehr vorsichtige und umtriebige machen, also vorsichtige, die normalerweise diese 78er benutzen, 34.176. Man kann allerdings auch sagen, bitte aber kleiner als die und dann sind wir immerhin bei 34.500 etwa, bisschen drunter, die wir idealerweise dann nicht mehr unterschreiten sollten. Also damit haben wir eine Idee. Alle Rücksetzer in dieser Größenordnung sind okay. Ob das jetzt ein kleiner ist, stört uns nicht. Ob das ein mittlerer ist, stört uns nicht. Selbst wenn das ein bisschen ein größerer ist, solange wir oberhalb der Marke bleiben, müssen wir uns aus bullischer Sicht keine Sorgen machen. Interessant dabei, ich möchte, dass die Abwärtsbewegung dabei aber auch korrektiv ist. Korrektiv, wir erinnern uns, ist entweder dreiwellig, ist ein klassisches Korrektivmuster. Oder wenn schon nicht dreiwellig, dann aber von mir aus irgendwie so, dass es mehrmals wackelt. Wobei das eigentlich auch eher dreiwellig ist, weil der ja höher ist als der. Aber wenn das so mehrfach hin und her geht, dann kann man auch sagen, okay, das ist korrektiv. Ich kann das mal schematisch hier vorne zeichnen, also wenn das irgendwie so geht. Aber mit vielen Kursüberschneidungen. Also ihr seht, die Gegenbewegungen überschneiden sich alle. Das wäre ebenfalls korrektiv. Solange es oberhalb der grünen Marke bleibt, wäre das bullische Anzeichen. Ein bisschen aufpassen sollte man, wenn die Bewegung sehr schnell darunter geht. Das wäre von der Höhe immer noch völlig in Ordnung. Allerdings, wenn es dann eine korrektive Gegenbewegung gäbe, müssten wir ja damit rechnen, wenn dann das Tief, also das hat nichts mit diesem hier zu tun, dieses Tief hier durchstoßen wird, dass wir so ähnlich wie das, was wir da vorne haben, nochmal bekommen. Das heißt, ich kann an der Stelle schon sagen, vorsichtig, ich gehe davon aus, dass wir diese E durchstoßen. Dann kann ich da oben schon gegebenenfalls die Position schließen. Das wäre der Fall, wenn wir hier steil nach unten gehen und die Projektion der zweiten Abwärtsbewegung unter die grüne Marke deutet. Dann habe ich vorher schon eine Idee, wo ich die Position schließe. Das Ganze ergibt sich gar nicht erst, wenn der Kurs korrektiv runter geht. Dann bin ich der, was das angeht. E-safe. Also ihr seht, so richtig Vortrieb ist nicht. Wir sehen das ja auch im Fünf-Minuten-Chart, dass wir seit hier eigentlich mehr oder weniger nach rechts geeiert sind. Also ein bisschen intern mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch. Zwischendurch sogar steile Flanken. Wenn es sich was ergibt, wenn man da ein schönes Chartmuster sieht, kann man das natürlich handeln. Gar keine Frage. Wenn es kein schönes Chartmuster gibt, dann eben nicht. Wir hatten so eine Situation gestern beim S&P, das hatten wir sogar ziemlich konkret angesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch. Da habe ich gesagt, naja, guckt mal, es sieht doch hier schon ganz gut aus. Korrektiv hier in die Abwärtsrichtung. Und damals sah das noch so in etwa aus. Ich glaube, so ungefähr sah das aus, als wir das Video gemacht haben. Da hake ich mich jetzt nicht auf ein oder zwei Kerzen hier fest. Und da haben wir gesagt, Mensch, der Teil ist super. Wenn es jetzt korrektiv nach unten geht, also irgendwie was in der Art, dann wäre hier mein Einstieg. Und das ist tatsächlich genau das, was ich am liebsten handele, wenn ich so etwas sehe. Und jetzt gucken wir mal, was hat er gemacht? Er ist steil nach unten gegangen. Und da sind natürlich jetzt viele enttäuscht im Sinne von, boah, hier, das klappt ja gar nicht und so weiter. Das ist ein bisschen so, als ob ihr sagt, Mensch, ich plane eine Party am Wochenende, es regnet, na, dann lasse ich sie halt ausfallen. Ja, also daran kann man nicht ablesen, ob Mensch, das ist aber jemand, der hatte super Partys. Naja, wenn es regnet, fällt sie halt aus. Das hier war eben Regenwetter angesagt, also insofern, oder nicht angesagt, aber die Chance auf Regen ist da gewesen. Wir haben ja gesagt, es muss ja nicht so runterkommen. Das ist ja nur, wenn es schön ist, kommt der Grill raus und wir grillen Müsli. Nee, was machen wir dann? Gemüse oder wer noch mag und wer noch sich traut, ein Stück Fleisch. Also wie auch immer ihr da geartet seid, völlig in Ordnung, aber dann eben ein bisschen Party, ein bisschen Freude, wenn es passiert. Ob es passiert, wissen wir nicht, aber wenn es passiert, wissen wir sofort, wo Grill, der Rotwein, das Bier, der Saft, was auch immer eben steht und ihr dann sofort loslegen könnt. Das ist aber in dem Fall nicht passiert, also insofern war das eine wunderbare Idee, die aber überhaupt nicht realistisch, überhaupt nicht relevant war, weil der Kurs das nicht geboten hat. Und tatsächlich hatten wir hier mehr oder weniger auch seitdem nichts wirklich Spannendes mehr. Hier könnte man zwar sagen, Mensch, das war doch auch ein Dreiweller. Ja, jawohl, das war auch ein Dreiweller, aber für mich war dieser Anstieg nicht attraktiv genug. Kann man sagen, ja, schön doof, Rüdiger, hättest du doch trotzdem noch was gewonnen. Ja, manchmal verpasse ich eben Bewegung, aber das hier war überschneidend, wenn auch so semimäßig überschneidend. Deshalb habe ich mich da nicht getraut und ich gebe es ganz ehrlich zu, auch eine etwas undankbare Uhrzeit. Wer nachts um 4 Uhr nochmal aufgestanden war oder um 3 Uhr, der hat das vielleicht gesehen und hat da vielleicht das gewollt. Also, aber ansonsten hat man das im schlimmsten Fall dann entsprechend verpasst. Also ihr seht, das ist auch beim S&P aktuell noch kein wirkliches Angebot. Wir haben gesagt, wenn das und das passiert, dann ist Long eine Attraktion. Ja, es ist nicht passiert und dementsprechend ist wohl auch hier vorläufig noch Pause angesagt. Die letzte scharfe Bewegung ist sogar mehr oder weniger nach unten. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier jetzt was Wackeliges bekommen. Allerdings, ob man das gerade in der Earnings Season übers Wochenende halten will, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das überlassen wir mal denjenigen, die besonders mutig sind. Für mich eher dann etwas, wo ich sage, da gucken wir lieber nach dem Wochenende, wie es da weitergeht. Ja, nach dem Wochenende, das bringt mich direkt auf den Nasdaq, denn der Nasdaq, der ist nach dem Wochenende besonders interessant und zwar genau dieser hier. Das ist der Nasdaq 100, in dem Fall der Future. Der Nasdaq 100, der wird am Montag umgewichtet. Das ist jetzt also keine Überraschung mehr. Das ist von langer Hand geplant. Na ja, so lange ist es noch nicht her. Aber Tesla ist gewichtiger geworden und deshalb müssen die Einzelgewichtungen hier beim Nasdaq neu angepasst werden. Das passiert quasi zum Eröffnungskurs am Montag. Ihr müsst deshalb nicht mit einem Gap rechnen. Die Umgewichtung funktioniert mit gleichem Wert. Das heißt, der Nasdaq eröffnet mit gleichem Wert. Es ist also nur, dass er sich aus einer unterschiedlichen Gewichtung der enthaltenen Titel sich dann zusammensetzt. Aber der Wert ist der gleiche. Also insofern muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass es einen Riesensprung dort gibt oder sowas. Das hat, wenn, dann nichts mit dieser Umgewichtung zu tun. Allerdings kann es natürlich sein, dass einige ETFs, die dann am Montag erst loslegen können, dann sagen, okay, wir kaufen dann eben eine Tesla, um die ein bisschen höher zu gewichten. Und müssen dann alle anderen Kollegen, die jetzt weniger gewichtet werden, ein bisschen verkaufen. Viele kennen das Ähnliche, wenn einer den Index verlässt oder ein neuer Titel in den Index kommt. Und dann habt ihr das vielleicht schon mal miterlebt. Ah, guck mal, die ganzen Fonds kaufen den jetzt, damit sie den eben im Index dann auch entsprechend mit vertreten haben. Hier geht es aber nur um eine Umgewichtung. Und die ist jetzt auch nicht riesig. Also es geht hier nicht um wahnsinnig riesige Differenzen, um die es da geht. Sondern es ist so, dass eben das ein bisschen angepasst werden muss. Das kann bei den einzelnen Aktien natürlich für ein bisschen Bewegung sorgen. Beim Nasdaq insgesamt ist das aber jetzt nicht von vornherein schon mal eine Bewegung, die sich da erwarten lässt. Also wer da nicht sicher ist, wartet ein bisschen ab. Was ich zumindest mal sehe, ist, dass die letzte Abwärtsbewegung, gehen wir mal im 4-Stunden-Chart, doch relativ dynamisch ist. Ich mache mal hier meine Skizze weg. Das war so eine Idee, die wir mal hatten. Ich muss allerdings dazu sagen, dazu hätte ich es schick gefunden, wenn diese Abwärtsrichtung korrektiv ist. Denn sie soll ja die falsche sein. Also für die Überlegung, dass es nachher weiter hoch geht, sollte das die falsche sein. Und wir haben ja immer wieder uns überlegt hier und nachgedacht. Dreiwellig ist häufig die falsche Richtung. Dreiwellig ist völlig, nee, nicht völlig, sondern häufig die falsche Richtung. Wenn ich mir aber diese Bewegung angucke, naja, so richtig dreiwellig oder korrektiv sieht das nicht aus. Deshalb steht diese Bewegung in Verdacht, noch mehr Potenzial zu haben. Sprich, dass wir hier gegebenenfalls jetzt, wenn es wirklich in den nächsten Stunden korrektiv nach oben wackeln würde, dass die starke Seite ist und die Abwärtsseite sich nochmal fortsetzt. Viele sagen ja immer, ja, das weiß ich dann ja erst im Nachhinein. Naja, das stimmt nicht ganz. Ich weiß es erst nach dieser Bewegung plus nach dieser Bewegung. Und jetzt ist die Frage, ob ihr hier oben versucht, irgendwo eine Umkehrkerze oder sowas zu finden oder ob ihr sagt, naja, wenn er dann dieses letzte Zwischentief triggert. An der Stelle ist die Erwartungshaltung, dass er das, was er hier vorne hat, da hinten nochmal bekommt. Also feilspitzenmäßig müsste ich so ungefähr machen, um die gleiche Größe dann nochmal zu haben. So, also das ist jetzt nur eine Idee, wie das aussehen kann. Das ist jetzt nicht, dass es exakt so die Korrektur aussieht und dass exakt die Marken so sind. Aber wenn ihr so ein Verlaufsmuster habt, also wenn ihr etwas habt, was relativ stark hoch geht und dann wackelig runter, dann habt ihr eine Idee nach oben hier im Kleinen wie im Großen. In dem Fall ist die letzte starke, aber abwärts, also dementsprechend wackelig oder von mir aus auch A, B, C hoch. Die Quintessenz ist die gleiche. Dann wären das eben vorläufige Short-Szenarien. Und da seht ihr, dann ist unsere letzte Verteidigungslinie, die wir für die kürzeren Longs, also für die kürzere Aufwärtsseite haben, die wäre dann durchstoßen. Das kann ich allerdings schon hier sehen. Warum? Naja, ich erwarte doch, wenn ihr diese Marke durchstößt, dass das nochmal passiert. Das heißt, ich kann hier schon erkennen, schon im Vorfeld ein bisschen erahnen, also wenn der Kurs schon so in die Richtung, Richtung dieser Marke geht, dass wenn die durchstoßen wird, wir wohl hier landen werden. Und damit liegen wir solide unter dieser, die brauchen wir nicht mehr, unter dieser Linie. Das heißt, dann kann ich auch da oben schon die Position schließen. Also ihr seht, im schlimmsten Fall hier, aber ansonsten, wenn wir dieses zusätzliche Pattern kriegen, haben wir sogar die Chance, den Stopp nochmal nachzuziehen. Das müssen die ganz längerfristigen übergeordneten Bullen unter euch nicht tun, denn das übergeordnete bullische Bild würde durchaus auch nochmal einen Rücksetzer zur Not auch nochmal bis dahin erlauben. Das wäre jetzt nicht super toll, aber ich sage mal 14.800, das wäre jetzt nicht, dass ich sagen würde, das geht gar nicht. Es ist schon ziemlich niedrig, aber das wäre auch noch möglich, dass sowas passiert. Dann hätten wir im Prinzip so halbwegs das Pendant vielleicht zu dieser Geschichte hier nochmal. Da würde ich jetzt nicht sagen, ja, das ist ja völlig absurd. Auch hier können wir nochmal so ein bisschen Größenvergleich machen. Das und dann nochmal hier. Und dann sind wir ungefähr auf dieser Marke. Das ist also jetzt nur eine Orientierungshilfe. 15.000 etwa, eigentlich 14.900 in etwa. Das kann auch ein bisschen tiefer sein. Die müssen nicht exakt gleich groß sein. Bitte geht nicht davon aus, ah, das ist eine grüne Linie. Das ist dann exakt so. Das ist nur, damit ich weiß, über was reden wir hier? Ja, das ist so ungefähr, ja, was ist es denn für ein Auto? Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Automarken nicht aus. Ja, ist es denn ein Zweisitzer? Ist es ein Viersitzer? Ist es ein Van? Ja, irgendwie war es mit Schiebetür hinten und hinten können sechs Leute rinsetzen. Da weiß ich schon, okay, es wird wohl kein, was weiß ich was, Smart sein. Ich will jetzt keine Marken unbedingt nennen, aber kein Smart sein. Und genau so ist es hier. Es geht nicht darum, dass ich dann ganz exakt weiß, wo die Marke liegt. Das sollten wir uns nicht zumuten, aber wir haben eine Größenordnung. Diese Größe der Korrektur wäre jetzt erstmal völlig normal und auch völlig okay, wenn das jetzt nochmal passiert. Ob er das jetzt direkt ansteuert, ob er das jetzt irgendwie ein bisschen mühsam ansteuert oder ob er das sogar notfalls nochmal einmal so ansteuert, das ist mal dahingestellt. Aber alles, was oberhalb dieser Marke ist, zerstört erstmal nichts auf der bullischen Seite. Es sei denn, ihr seid kürzerfristig unterwegs, dann sagt ihr natürlich, Pff, Rüdiger, ich bleibe doch nicht bis 15.000, bin mir bescheuert. Die 500 Punkte, die logge ich, oder wie viel, 600 Punkte, die logge ich doch hier oben schon ein. Ja, super. Das ist die wirklich Aktiveren auf kürzerer Sicht. So, das ist etwas, was am Montag vielleicht nochmal sehr, sehr spannend wird. Ich vermute, heute wird das zumindest mal in dieser Größenordnung vorläufig erstmal nicht relevant. Weiß man natürlich nicht. Merkt euch diese entsprechenden Marken. Merkt euch vielleicht auch eins, am Montag bin ich unterwegs im Flieger von Tokio wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, am Montag werdet ihr von mir nichts hören. Seid nicht traurig oder böse mit mir. Ich kann dann einfach nicht. Ab Dienstag könnt ihr davon ausgehen, dass dann wieder Input von mir kommt. Also Montag, versucht es mal auf eigene Faust. Das Prinzip ist ja immer wieder das gleiche. Und ich bin mir sicher, die, die das schon länger mitverfolgen, was wir hier machen, die werden schon eine grobe Idee haben, wie man mit dem aktuellen Markt dann umgehen muss. So, blicken wir zum Schluss nochmal auf den DAX. Der sieht wie aus, naja, im Nahkampf, machen wir nochmal ganz kurz den kürzerfristigen. Und hier, naja, auch hier ging es so mehrheitlich seit dem 13. Juli eigentlich zur Seite. Er tritt auf der Stelle. Das ist so ein bisschen diese Geschichte, die wir hier jetzt haben. Und wir hatten mal überlegt, es wäre gar nicht so abwegig, dass er hier nochmal runter geht. Zumindest ist alles, was wir hier an der Aufwärtsbewegung hier hinten haben, oder auch was wir hier haben, irgendwie noch nicht so 100% überzeugend. Ihr seht, ich bin immer noch bullisch eingestellt. Absolut, im Übergeordneten. Da hat sich nichts dran verändert. Also, die Langzeitbohlen können alle mal getrost weghören. Wenn ich jetzt sage, dass ich kurzzeitig davon ausgehe, dass der Kurs erst nochmal runter geht, das halte ich nach wie vor, ich habe es mehrfach schon begründet, warum ich das für realistisch halte. Das ist nach wie vor ein, wie ich finde, sehr typisches, ein gängiges Szenario. Wenn ihr das überstehen wollt, müsst ihr den Stop hier unten setzen, zum Beispiel 15.600. Wenn ihr sagt, das will ich aber nicht aussitzen, da gehe ich vorher raus, dann müsst ihr früher oder enger die Stop setzen. Was bei dieser sehr unsteten Phase so ein bisschen schwierig ist, weiß ich nicht, ob ich euch irgendwas vorschlagen soll dazu. Aber vielleicht möglicherweise einfach hier unten drunter das Ganze setzen, 16.100 beim Index. Und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht da unten bei 900 oder 800, also 15.900, 15.800 wieder reinzukommen. Oder wenn der Kurs dann eben entsprechend dreht. So richtig schlüssig bin ich bei dieser Bewegung aktuell hier im Kleinen nicht. Im Großen werden wir sehen, ob wir das tatsächlich nochmal bekommen. Ich fände es gut und auch jetzt nochmal der Hinweis, weil ich häufig höre, wie kannst du sowas sagen? Ich meine das niemals böse oder um irgendjemanden da irgendwie auf eine falsche Position dazu bringen. Es wäre nur insofern praktisch, wenn er das machen würde, weil es wäre ein sehr typisches, in dem Fall eine Seitwärtskorrektur, ein sehr typisches Bild, wo viele Charttechniker und viele Leute, die den Markt beobachten, sagen, jipp, das habe ich schon mal gesehen, da weiß ich, was zu tun ist. Wir warten auf die günstigen Kurse und dann steigen wir super gerne auch wieder ein. Auch ein Rücksetzer bis dahin, selbst bis notfalls noch tiefer, 700 oder vielleicht, wie gesagt, so ungefähr bis 600 in etwa, würde mich nicht jetzt verrückt machen. Das wäre immer noch ein mögliches bullisches Bild. 600 finde ich schon viel. Meine hauptsächliche Erwartungshaltung ist irgendwo hier in dieser Range 950 bis 900 oder 890, so in der Richtung. Und dann nochmal von 860 bis 810. Ihr könnt das auch zusammenfassen, wenn ihr sagt, das ist mir eh zu breit, das Ding, hier will ich mich gar nicht konzentrieren. Dann nehmt halt irgendwo in diesen oberen Bereichen etwa 950 bis 800. Da würde ich mich eigentlich freuen, wenn er da nochmal kurz runter käme und dann gerne, gerne wieder richtig einsteigen und dann auf der Lungenseite. Das werden wir dann sehen. So, in diesem Sinne überlasse ich euch den Markt für heute Nachmittag. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtigen Handelsentscheidungen für euch findet. Denkt dran, Montag gibt es von meiner Seite aus nichts. Ich werde ganz fest an euch denken und euch die Daumen drücken. Ab Dienstag geht es dann mit mir weiter. Bis dahin macht's gut. Liebe Grüße. Bis dahin macht's gut.